Wahnsinn, noch vor kurzem hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt jemals so weit kommen könnte, doch mittlerweile hat der Kanal Mythenwelt über eine Million Aufrufe. Herzlichen Dank an jeden Einzelnen. Noch viel mehr freue ich mich über eure rege Teilnahme in den Kommentaren und dass wir auf die unglaubliche Zahl von 3000 Abonnenten zusteuern. Natürlich wird das auch gebührend gefeiert. Ein Stream, die ganze Woche durchgehend täglich Videos und natürlich ein Gewinnspiel. Was es zu gewinnen gibt, kann ich natürlich noch nicht verraten, ich weiß es nämlich selber noch nicht so genau. Aber ich denke, ein wenig Zeit habe ich ja noch. An dieser Stelle aber nochmal, und das kann ich gar nicht oft genug sagen, Danke an jeden, der diesen Kanal unterstützt. Es gibt kein Ich hab doch nur einmal geteilt oder dieser winzige Kommentar war sicher nicht das, was er gemeint hat, aber doch, ich bin für jede noch so kleine Aktion sehr dankbar. Grüße gehen noch raus an Jordan Heavenly, Money Matters Bizeps, BBM Hashtag for San Diego, Sophie Heidmann und ein weiteres Mal Vanessa Mai, aber auch nur, weil du es lieb gefragt hast. Das ist ein, was er auch noch mal das, was er macht es sich. Das war es, was er bei mir war, das gehe jetzt. Bis zum nächsten Mal. Dann, die nächsten Mal. Und dann, die nächsten Mal. Dann, die nächsten Mal. Dann, die nächsten Mal. Deine in der nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020